Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zum Bundesliga-Rückblick des 19. Spieltags. Wie bereits angekündigt wird es jetzt wahrscheinlich so bis, ja ich sag mal Anfang, Mitte Februar, bis meine erste Klausurenphase halt rum ist, dem Bundesliga-Rückblick immer in einer kleinen abgespeckten Variante geben. Das heißt, ich kann mir jetzt keine Zeit nehmen, da eine taktische Analyse des Topspiels zu machen und so weiter. Wir werden natürlich alle Teampunkte, alle Spieler durchgehen, ich werde trotzdem Learnings geben, aber wie gesagt nicht in der Ausführlichkeit, wie ihr es sonst gewohnt seid. So ungefähr bis Anfang, Mitte Februar, da habe ich keine Vorlesungen mehr, dann kann ich wieder ein bisschen mehr Zeit in die Videos stecken. Gut, wir beginnen mit meiner Challenge, denn wie gesagt, es gab ja diesen kleinen Rewamp mit maximal Quatsch, mit einem 150-Millionen-Budget und der gute Sebi hat sich das Ding geholt mit 1790 Punkten, sehr, sehr stark aufgestellt hier. Hat sogar mit einem David Nemeth ein Nuller drin, hat drei Bielefelder aufgestellt, hat aber alleine mit Modahut, Lewandowski und Zentner da alles richtig gemacht. Ich mache Props an dich, mein Lieber. Dann habe ich mir vorgenommen, gehen wir doch auf die Hannes vs. Tobi Challenge ein. Ich suche mal gerade nochmal ganz schnell ein Bild davon. Ist jetzt nicht so schön dargestellt, ihr wisst ja, mein Handy bugt da aktuell, warum auch immer, so ein bisschen rum. Falls jemand dasselbe Probleme hat, ich habe mein Handy auf, ich glaube Android, UI 4 oder so geupgradet, geupdated und seitdem habe ich das übelste Performance-Problem in manchen Apps. Wenn da jemand sich auskennt, gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Nein, das war mein Team, meine Once-to-Watch-Spieler für die Rückrunde. Ich habe, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube 754 Punkte gemacht und der gute Hannes hat 1100 irgendwas Punkte gemacht. Auf jeden Fall, wenn ihr da genauer drauf gucken wollt, der Stream von letzter Woche Freitag, der heißt, diese Spieler müsst ihr kaufen, die Steals der Rückrunde. Einfach mal abchecken, da stellen Hannes und ich unsere Teams für die Rückrunde vor. Ich werde euch hier jede Woche ein bisschen updaten, wie der Zwischenstand zwischen unseren beiden Steel-Teams ist. Und dann, weil sie sonst einfach viel zu kurz kommen, gehen wir mal nochmal die Ligen durch, bevor wir dann auf meinen Spieltag ein. Wir beginnen mit YouTube Liga 3. Da hat der gute Maxi gewonnen. Maxi Maschine mit 1567 Punkten. Sehr, sehr stark. Das ist ein Top-Spieltag, ey. Thomas Meunier, Julian Brandt, Sané. Nicht schlecht, mein Lieber, nicht schlecht. YouTube Liga 2 hat der gute Malte, der ist aktuell richtig am Durchrasieren hier. 21.100 Saisonpunkte. Malte, mach mal langsam die arme Konkurrenz, ey. Jesus. 1895 Punkte. Dahoud, Haaland, Andrich Brandt, Sané, Willi Orban, Pavard, Gwadiol. Jesus. Und dann hat er noch einen David Raum drin. Alter, Malte, damn, damn, damn. Nicht verkehrt, mein Lieber, Bock. Starker Spieltag, auch von dir an der Stelle. Und YouTube Liga 1, wer hätte es gedacht, hat mal wieder Jackie gewonnen mit 1295 Punkten. Auch wenn es recht knapp war. Props an Black Mamba, der da auch aktuell ganz gut performt. Ja, Jackie immer noch auf Platz 1 mit 20.800 Saisonpunkten. Auch sehr, sehr stark an der Stelle. Und jetzt kommen wir zur Champions League. Und mein Spieltag, Freunde, war alles andere als schlecht. Ich bin so happy. Mein Saison-Rekord-Spieltag. Mein bester Spieltag dieses Jahr. Ich könnte nicht glücklicher sein. Wirklich absolut genial. Wir gehen natürlich wie immer, ups, meine Punkte durch. Wir gehen ganz unten. Armin Adli, habe ich drauf gegambelt. Wie gesagt, da habe ich versucht, tausend Alternativen zu bekommen. Habe mich aber letzten Endes für ihn entschieden, weil ich dachte, komm, der wird schon spielen. Jakic auch leider nur eingewechselt mit 19 Punkten. Das geht natürlich auch besser. Und ab dann geht es natürlich ordentlich nach oben. Lucia, 49 Punkte bei einer 0-1-Niederlage, nehme ich auf jeden Fall mit. Kevin Kampe, Joschko Guardiola und Orban natürlich mit zu 0 Bonus, immer mit guten Punkten. Kobel, Donjel, Mahlen auch mit super Rohpunkten. Und dann natürlich hier mein Dreierblock da vorne drin. Lewandowski mit einem Headtrick. Thomas Meunier mit zwei Hütten und Robert Andrich mit einer Hütte. Komplettieren diesen Spieltag. Auf der Bank hätte ich noch einen Alfred Finn-Borresson gehabt und einen Chico Höfler. Und habe natürlich dann noch Grilic, Upamecano, Hernandez. Also aktuell sieht es echt genial aus. So werde ich wahrscheinlich in den nächsten Spieltag reingehen. Sollte es bei Lucas Hernandez von der Fitness her nicht reichen, habe ich hier noch einen Omar Richards gekauft. Ich glaube gestern auch einen super Stil gemacht. Gekauft für 6,7, 6,8 Millionen. Ist aktuell schon wieder ordentlich am steigen. Und erstmal Besserungswünsche natürlich an Fonzi. Aber der gute Davies fällt noch länger aus. Wahrscheinlich sogar bis in den Mai, sorry, bis in den März hinein. Das heißt mit Omar Richards könnte ich da einen ganz coolen Ersatz für den Kollegen haben. Ich bin super happy mit meinem Team. Natürlich vor allem mit dem Spieltag. Insgesamt baue ich dann meine Führung auf 19.300 Punkte aus. Sehr, sehr geil. Besser hätte es nicht laufen können. Ich bin mega happy, Freunde. Was soll ich mehr sagen? Besser geht es nicht. Das war es dann mit meinem Team. Das war es mit den Ligen. Wir gehen rein in die Matchups, Boys. Let's go. Alrighty, Mates. Wie bereits angesprochen, wird es das heute in einer kleinen abgespeckten Variante geben. Wir werden alle Matchups durchgehen. Aber alles relativ im Schnelldurchlauf. Und ich werde immer kurz meine Learnings zu den einzelnen Spielen aufzählen. Ich hole noch mein Skript hier rüber. So, wir können rein starten. Beginnen natürlich mit dem Freitagabendspiel Dortmund gegen Freiburg. Freiburg wahrscheinlich mit der schlechtesten Saisonleistung, die sie dieses Jahr bisher hatten. Also das war natürlich in Dortmund immer ein schwieriges Spiel. Aber sowohl punktetechnisch als auch vom generellen Spielverhalten her war Freiburg echt nicht auf der Höhe. Wer gut performt hat, natürlich Demirovic mit dem Joker-Tor. Aber vor allem Roland Salai hat, glaube ich, die abgeprallte Torvorlage bekommen. Aber ansonsten 90 Punkte spielt sich da aktuell scheinbar fest. Wenn der wirklich wieder Richtung alte Stärke geht und Freiburg weiterhin eine gute Saison spielt, dann könnte der echt ein sehr, sehr geiler Pick für euer Team sein. Das wollte ich noch auf der Freiburger Seite sagen. Auf der Dortmunder Seite, ja, alle haben hier supergeile Punkte gemacht. Vor allem Moda Hood mit einem Monsterspiel, muss man auch dabei sagen. Thomas Meunier, zwei Eckball-Kopfball-Tore. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Erling Haaland, auch super Punkte. Julian Brandt, beide Tore von Meunier vorgelegt. Jude Bellingham auch mit Top-Punkten. Mahlen mit super Rohpunkten. Er hat endlich mal ein richtig gutes Spiel gemacht. Also sehr, sehr geil. Ja, ansonsten sieht das Ganze halt okay aus. Natürlich insgesamt, wie gesagt, gute Punkte auf der Dortmunder Seite. Wir machen weiter mit Stuttgart gegen RB Leipzig. Wir beginnen auch hier mit der, in Anführungszeichen, schwächeren Mannschaft mit Stuttgart. Auch hier sticht einer heraus. In dem Fall Chris Führig 117 Punkte. Das ist auch bockstark. Die beiden Mittelfeldspieler Mangala und Endo auch mal wieder mit guten Punkteleistungen. Kann man auch rausheben. Auch Ito mit guten Rohpunkten. Ansonsten gibt es jetzt hier auch nichts Großartiges zu sagen. Ich bin sehr gespannt bei Stuttgart, wenn endlich mal wieder Silas zurückkommt. Sosa hat den Stuttgart natürlich ordentlich gefehlt. Kalajic nicht in der Startelf. Das war natürlich so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Auch wenn ich natürlich den Ansatz mit schnelleren Stürmern gegen Leipzig als sinnvoller gesehen habe. Und somit da keine Trainerentscheidung anzweifle. Aber, dass die da nicht mit voller Besetzung rangehen und dann 2-0 verlieren, geht, denke ich, insgesamt in Ordnung. Leipzig aber insgesamt mit einer super Leistung. Peter Gulaschi hat echt alles gehalten. Absolutes Topspiel von den Kollegen. Gegen André Silva mal wieder mit einem Tor. Christoph Van Kunku zeigt mal wieder, dass er der beste Spieler bei Leipzig ist. Und was mir noch gut gefallen hat, Willi Orban. 168 Punkte hat hier noch richtig miese Korrituren bekommen. Der war zwischenzeitlich bei 197 Punkten. Aber auch diese 168 Punkte, klar sind es für 0-Bonus dabei. Aber auch endlich mal wieder mit guten, guten Rohpunkten. Super viele Duelle geführt. Auch echt viele Duelle gewonnen. Also Willi kann man wieder Richtung Rohpunkte-Maschine reinziehen. Ich bin sehr happy, dass ich ihn behalten habe. Ich habe ja gesagt, ich bin dafür Swap-Deals offen. Weiter geht es mit Köln gegen Bayern. Und ja, die Kölner gehen natürlich viel zu offensiv rein, meiner Meinung nach. Klar, man muss es in einer gewissen Art und Weise mutig spielen. Sonst wird man sowieso geschlachtet. Sie haben alles probiert. Insgesamt dann natürlich, klar, eine Klasse drunter gewesen. Nicht so wie im Hinspiel. Da hat es noch ein bisschen besser funktioniert. Ich bin sehr gespannt nach dem Meret-Abgang. Was jetzt generell bei den Kölnern passiert. Ob die überhaupt noch da irgendwie wieder defensive Kompaktheit reinbekommen. Weil Hübers, wisst ihr, bin ich jetzt nicht der größte Freund von Kielern. Finde ich ganz gut. Aber I don't know. Das könnte echt kritisch werden. Die müssen auf jeden Fall sich noch einen ordentlichen qualitativen Innenverteidiger zulegen. Wobei, die können jetzt hier Rohpunkte-mäßig gar nicht mal so verkehrt gepunktet haben. Das möchte man noch dabei sagen. Bayern natürlich mit der Top-Leistung. Hier 2345 Punkte. 2, 3, 4, 5. Ja, super Punkte. Super Spiel. Kann man nicht großartig mehr zu sagen. Ja, muss man auch, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Auch hier alle wieder Top-Punkte gemacht. Die Frage dann, wie ich eben schon angesprochen habe mit Omar Richards. Wer wird Davies übernehmen? Ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Natürlich mit Süd, Upamecano, Hernandez. Aber Bayern spielt ja immer im Aufbau diesen asynchronen Dreierkettenaufbau. Das heißt, Pavard ist normalerweise eher hinten. Und wenn du dann Lucas Hernandez auf der anderen Seite spielst, dann kannst du eben nicht diesen asynchronen Aufbau spielen, weil du eben dann vier, ich sag mal, nominell Innenverteidiger hinten drin stehen hast. Das heißt, ich kann mir sogar eher vorstellen, dass Omar Richards Davies 1 zu 1 ersetzen wird, der dafür auch noch ein bisschen mehr mit nach vorne gehen kann. Und damit, Upamecano und Pavard weitergespielt wird. Kann ich mir persönlich auch gut vorstellen. Gibt es aber, können wir gerne nochmal in einem anderen Video ein bisschen mehr drüber reden. Gut, Union gegen Hoffe. Union kämpft sich hier zum Sieg. Auch bockstark gespielt. Insgesamt einfach die eine Klasse kämpferisch besser gewesen. Hoffenheim hat das eigentlich ganz gut gemacht. Sind jetzt auch nicht untergegangen oder so. Insgesamt dann aber gegen die sehr defensiv und kompakt stehende Unioner Mannschaft dann keine Chance gehabt, letzten Endes Punkte mitzuholen auf der Hoffenheimer Seite. Vor allem Vogelsammer hat mich positiv überrascht. Nicht nur wegen dem Tor, das er eigentlich noch abgezogen bekommen müsste. Für mich ist das ein klares Baumann-Eigentor. Aber insgesamt ein Top-Spiel gemacht. Ich habe am Anfang nicht verstanden, warum Behrens nicht spielt. Aber Vogelsammer muss man ehrlich sagen, super Spiel gemacht. Mal gucken, ob er das in den nächsten Wochen nochmal replizieren kann. Auch Bastian Utschipka hat ein Top-Spiel gemacht. Und der von Hannes gekollete Krischer-Brömel trifft natürlich auch an der Stelle. Hoffenheim auf Platz 16, was die Punkte angeht. Und Chris Richards mit 83 Punkten. Ansonsten sieht das hier dann eher mau aus. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr die Punkte sehen wollt, immer kurz das Video anhalten. Wolfsburg gegen Hertha. Da werde ich mich definitiv nicht lange dran aufhalten. Ich habe echt beliebt. Ich habe echt gesagt, Wolfsburg kann hier den Turnaround schaffen. Insgesamt war es das langweiligste Spiel vom gesamten Spieltag. Wir können gerne die Punkte gucken. Die werden natürlich passabel sein, weil einfach ein zu-null-Bonus dabei ist. Aber ansonsten möchte ich hier nicht großartig mehr Worte zu dem Spiel verlieren. Mainz gegen Bochum. Insgesamt dann auch, wie man die Spiele zwischen Mainz und Bochum kämpft. Ein sehr umkämpftes Spiel. Insgesamt sehr defensiv gefühlt. Zentner hält noch ein Elfmeter von Polter. Ja, ansonsten Bochum brauchen wir jetzt auch nicht hier. Riemann hat ein gutes Spiel gemacht. Aber ansonsten punktemäßig auch ganz okay. Bella Kotschab scheint sich aktuell wieder festgespielt zu haben. Auch sehr interessant. Auf der Mainzer Seite drittbeste Punktemannschaft. Tatsächlich Assangeist mit einem Debüt-Tor quasi. Ich hätte ja nicht gedacht, dass der überhaupt direkt wieder in der Startelf steht. Und dann trifft er auch noch. Also Props an die von euch, die ihn überhaupt aufgestellt haben. Da geht mein dicker Respekt draus. Anton Stach mit genialen Rohpunkten. Auch super Leistung. Und klar, hier sind zu-null-Bonus dabei. Das heißt, Mainz wird hier schon ihre soliden Punkte gemacht haben. Weiter geht's mit dem Samstagabend-Topspiel Gladbach gegen Leverkusen. Natürlich dem großen Thema, dass Matze Ginter nicht in der Startelf steht und Friedrich direkt startet. Ist das meiner Meinung nach sinnvoll? Nö. Ist jetzt aber auch zu lange, um das hier im Podcast zu... Äh, im Podcast, um das hier im Video zu behandeln. Denn ich persönlich finde es eine, ja, kann man schon fast sagen, eine Frechheit gegenüber so einer Vereinslegende wie Matze Ginter. Dann zu sagen, ja, wir planen ja dann ab Sommer nicht mehr mit dir. Dementsprechend sitzt du jetzt nur noch auf der Bank. Das ist für mich absoluter Fuppes. Aber wie gesagt, da können wir gerne, wenn wir mal im Stream drüber schnacken, wenn ich ein bisschen länger da ausholen kann. Jan Sommer natürlich, the man of the match. Mit zwei gehaltenen Elfmetern, Nico Elwedi noch mit einem Tor. Jan Sommers übrigens, wenn ich so überlege, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Kennt ihr einen Torwart auf der Welt, der noch besser im Elfmeterhalten ist als Jan Sommer? Also da fällt mir noch Donnarumma ein und dann hört es aber auch auf. Also Jan Sommer, Donnarumma sind für mich die besten Torhüter, wenn es ums Elfmeterhalten geht. Gerne mal eure Wild Guasses da in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr da auf dem Plan habt. Friedrich direkt mit einem Stadionfeinsatz, verschuldeten Elfmeter, der jetzt nicht unbedingt Elfmeter war meiner Meinung nach, aber mein Gott. Insgesamt dann passable Punkte gemacht. Fand ich eigentlich vom Debüt her ganz okay. Er wirkte noch sehr wild, ein bisschen nervös, aber ansonsten war das denke ich in Ordnung. Auf der Leverkusener Seite natürlich Robert Andrich mit der Kiste, super geil. Hat mich als Andrich-Besitzer natürlich mega gefreut. Piero Inkapje mit einem Assist und auch guten Punkten. Patrick Schick revidiert seinen verschossenen Elfmeter dann nochmal. Und ja, ansonsten die Bellarabi-Debatte in Anführungszeichen. Ja, ich finde am Interview vor dem Spiel von Sion hat man gemerkt, dass das wahrscheinlich eine Dauerrotation wird mit Adli. Um ihm hat er halt gesagt, dass Bellarabi gespielt hat, weil er eben diese Ruhe, diese Sicherheit, die Erfahrung gebraucht hat. Eben nicht dieses junge Wilde von einem Armin Adli. Das heißt auch da werden wir, ich habe ja eigentlich gehofft, dass Adli einfach felsenfest spielt. Da werden wir wöchentlich entscheiden müssen. Wahrscheinlich dann hoffentlich gegen die Big Boys in Bellarabi und gegen die kleinere Gegner in Adli. Das wäre natürlich für Kickbase optimal. Kommen wir zu den beiden Sonntagsspielen. Einmal Augsburg gegen Frankfurt. Für mich insgesamt ein, ja, auch katastrophal langweiliges Spiel. Ich habe jetzt nicht alles gesehen. Ich habe, glaube ich, ab der 30. Minute eingeschaltet ungefähr. Ja, Augsburger ganz okay gepunktet. Grigoritsch mit dem Tor. Was interessant war, dass Udo Kai nur zur Halbzeit kommt. Der gehört für mich ganz, ganz klar in die Startformation. Auch über Riveleo und über Oxford, meiner Meinung nach. Aber da könnt ihr mir gerne auch eure Meinung in den Kommentaren dalassen. Auf der Frankfurter Seite tut er mit Top-Rohpunkten, auch ein G-Pressot mit guten Punkten. Ansonsten sieht das Ganze hier eher mau aus. Rommage oder wie man ihn ausspricht, mit eigentlich einem insgesamt passablen Debüt, abgesehen von dem Gegentor. Joa, ansonsten passable Punkte. Bielefeld gegen Fürth. Fürth hält super dagegen. Dementsprechend haben sie auch passable Punkte gemacht. Sieht man auch nochmal hier Paul Seguin. Monster-Performance. Hier sehe ich gerade stark. Sehr, sehr stark. Hat er ein Assist gegeben. Bei mir buggt das, wie gesagt, manchmal rum. Jawohl, ein Assist ist dabei. Aber auch mit dem Assist sind das gute Punkte für einen Fürth-Spieler. Was soll man hier großartig zu sagen? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Dementsprechend kann ich euch da keine taktischen Insights geben, weil ich einfach erwartet habe, dass das hier ein katastrophal langweiliges Spiel wird. Habe ich das Spiel insgesamt nicht geguckt. Gonzalo Castro mit einem Tor. Könnte für die nächsten Wochen interessant sein. Wäre auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat. Mal gucken, ob er sich gegen Vasiljadis und Prietl durchsetzen kann. Das war es dann mit dem Bundesliga-Rückblick. Wie gesagt, ab den nächsten Wochen dann auch gerne nochmal mit einer kleinen taktischen Analyse eines Spiels, das ich mir rauspicke. In dem Fall wäre das wahrscheinlich sowas Richtung Dortmund-Freiburg gewesen. Ja, wird es dann, wie gesagt, ab Februar, Mitte, Anfang Februar wird es dann wieder solche Videos geben. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuhören. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen oder übermorgen zu MTG. Ich habe eventuell in Planung, dass diese Woche zwei MTG-Episoden kommen. Ich habe da ein kleines Bonus-Video gefragt. Lasst euch überraschen, aber muss ich gucken, ob ich das zeitlich hinbekomme. Wenn nicht, kriegt ihr das auch im Februar. Das war es dann erstmal von mir. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Wir sehen uns spätestens am Mittwoch zu Manage to Glory. Outrein, bis dann, Freunde. Und tschau, tschau. Outrein, bis dann. Vielen Dank.